Wir haben jetzt so viel Herzblut reingesteckt, auch so hat die Tiere wieder aufzumuntern. Und dann möchten wir auch, dass er sich in eine gute Zerhose vermittelt. Wir kriegen halt auch viele Anrufe von Leuten, die dann auf einmal nach kurzer Zeit ihr Tier wieder abgeben möchten. Unser Anliegen ist halt einfach, dass die Leute sich genau überlegen, ob sie überhaupt Zeit für ein Tier haben, nicht nach kürzester Zeit halt das Tier wieder abzugeben. Und dann sage ich, sie können ja mal unverbindlich hier vorbeikommen, einfach sich die Katzen angucken. Den größten Teil holen sie dann doch die Katze, für die sie sich entschieden haben. Abgaben von Allergien oder Besitzer verstorben, Fundtiere, die einfach ausgesetzt wurden und können die Tiere dann nicht mehr in die neue Wohnung mitgeben. Vor allem für alte Tiere ist das immer schlimm. Und die trauern. Zur Zeit ist es sehr gut. Ja, leider. Wir hoffen, dass sich da wieder mehr tut. Dann schauen wir uns zur nächsten Mal an. Dann die zweite Videoten. Alle Tiere T Country